Musik Wenn es um die Frischprodukte geht, ist GOP besonders kritisch. Nur was ja durchgeheckt und gepflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgefertigt gepflückt wurde, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufstellen, damit sie morgen bei GOP kaufen können, was heute geerntet wird. Für den Sonntagslauf offeriert deine GOP die tolle Damen- und Herrenjogging-Dresse in verschiedenen Farben und Grössen, jeder Anzug kostet nur 29 Franken. Das Kilo Vialone-Reis überkommen sie bei GOP für nur 1,40. Der Topf Chrysanthemen in diversen Farben für nur 3,90. 100 Gramm Citerium-Salami für nur 3,70. Und das Kilo Nektarine offeriert deine GOP für nur 2 Franken. Und das ist das GOP-Jubiläumsangebot. 10 Arne Tafeln assortiert, 4 Franken günstiger für nur 8,50. Musik Musik